Was ist die Klinik der Klinik? Und über diese rundum gute Versorgung. Und ich denke, ich war auch eine der ersten Patientinnen hier und seitdem komme ich immer wieder zur Kontrolle oder wenn sich irgendwelche Veränderungen zeigen, ich bin sehr zufrieden. Ich bin sehr zufrieden. Ich bin sehr zufrieden. Ich bin sehr zufrieden. Ich bin sehr zufrieden.